Es gibt kein Entkommen, akzeptiert die Erlösung durch das Licht. Ihr ehrt euch! Wir sind keine Heretiker! Bitte hört mir zu! Diese Leute sind... Richtet sie hin! Nein! Pater Armel! Ich befall dir doch zu gehen! Sie sind keine Heretiker! Wir erfüllen nur den Willen der Götter! Solas! Ich bin ein Wälder! Ich bin ein Wälder! Gut, das Licht! Die Leute sind unschuldig, bitte! Die Unschuldigen werden verschont. Es tut weh, Vater. 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 Vater.